Ramon Undersalm, ich kann sagen, ihr seid schon anders aufgetreten als am Dienstag, am Ende. Ist der Fluss grösster, ob es Pech war oder über sein eigenes Unvermögen? Ja, Pech oder Unvermögen ist es glaube ich nicht. Ich glaube, wir haben den Kopf wieder verloren. Ich glaube, das müssen wir wirklich langsam lernen. Wir nehmen uns selber aus dem Spiel mit solchen Sachen. Wir verlieren Geduld. Und die Bieler machen das sehr gut. Sie spielen sehr geduldig, warten auf unsere Fehler und haben es ausgenutzt. Und ich glaube, das müssen wir sicher für den Samstag verbessern. Fehler wären es. Das andere finde ich auch gehabt. So der Direktzug aufs Goal hat ein wenig gefehlt. Bekommt man vielleicht darüber, damit man gerade dem Goal oder dem Bieler noch etwas mehr machen kann? Ja, ich glaube, ganz einfach die Beine bewegen. Ja, und einfach versuchen, auf das Goal hineinzuziehen. Alles auf das Goal zu werfen. Und einfach versuchen, durchzubringen. Irgendwie mit dem Kopf durch die Wand. Wir müssen es einfach herbringen. Merci.